Rohr Honig ist dafür bekannt, dass er viele verschiedene Vorteile für den menschlichen Körper bietet. Das erklärt, warum er im Laufe der Geschichte als Volksheilmittel verwendet wurde. Rohr Honig ist eine Art Honig, der von Bienen aus reinem und ungefiltertem Blütenlektor gewonnen wird. Im Vergleich dazu wurden die meisten Honigsorten, die heute in Supermärkten verkauft werden, erhitzt und verarbeitet, wobei die meisten der wertvollen Nährstoffe entfernt wurden. Wie bereits erwähnt, glauben Forscher, dass roher Bio-Honig heilende Eigenschaften hat, die eine ganze Reihe von erstaunlichen gesundheitlichen Vorteilen bieten können. Und genau das werden wir in diesem Video besprechen. Nummer 1. Stärkt das Immunsystem. Das liegt daran, dass Honig Pytonährstoffe enthält, die aus den Blüten stammen. Diese Pytonährstoffe sind für antioxidative, antimikotische und antibakterielle Wirkung des Honigs verantwortlich. Und dank der Bestäubung gelangen diese wirksamen Stoffe von den Blüten in den Honig, sodass wir alle in den Genuss dieser starken immunitätsfördernden Wirkung kommen. Nummer 2. Verbesserte Verdauung. Wenn du dich mit Präbiotika auskennst, dann weißt du, dass sie dafür bekannt sind, unsere Darmgesundheit zu unterstützen. Zusätzlich zu vielen freiverkäuflichen Präbiotika hat Honig nachweislich starke präbiotische Eigenschaften. Das bedeutet, dass Honig unserem Körper helfen kann, die guten Bakterien in unserem Darm zu nähren, die zu einer regelmäßigen Verdauung beitragen. Nummer 3. Verbessert den Cholesterinspiegel. Wissenschaftler beginnen, die potenziellen Vorteile von Honig für dein Herz zu erkennen. Denk daran, dass Herzkrankheiten in hohem Maße von der Menge an LDL-Cholesterin beeinflusst werden können. In einer Studie wurde festgestellt, dass die LDL-Cholesterinwerte von Menschen, die Tafelzucker durch rohen Honig ersetzten, deutlich sanken. Ganz zu schweigen davon, dass die rohe Honiggruppe in der gleichen Studie auch einen Anstieg des HDL-Cholesterins verzeichnete, also des guten Cholesterins, das unser Körper braucht. Nummer 4. Hilft bei der Gewichtsabnahme. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass der Ersatz von Zucker durch Honig positive Auswirkungen hat, unter anderem auf das Gewicht. Eine Studie legt sogar nahe, dass Honig die Hormone aktivieren kann, die bei der Appetitzügelung helfen. Wenn du also ein paar Pfunde loswerden willst, könntest du wahrscheinlich davon profitieren, wenn du wann immer möglich von Zucker auf Honig umsteigst. Und Nummer 5. Unterdrückt Husten. Dieses Hausmittel gibt es schon seit Jahrzehnten und das aus gutem Grund. Denn Wissenschaftler glauben, dass Honig Eigenschaften enthält, die sich auf die Schleimhäute auswirken, die für den Hustenreflex verantwortlich sind. Studien haben ergeben, dass die antioxidativen und antimikrobiellen Verbindungen im Honig die Hustensymptome wirksam lindern können. Manche glauben sogar, dass Honig wirksamer ist, als einige der beliebtesten rezeptfreien Alternativen. Er kann außerdem nicht nur Husten unterdrücken, sondern auch Halsschmerzen lindern. Möchtest du jetzt noch wissen, was mit dir passiert, wenn du jeden Tag Oliven isst, dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.